Herzlich Willkommen in Bielefeld, Leon Schneider. Eisenhüttenstadt oder Energie Cottbus? Energie Cottbus, war ich länger. Platzbegehung mit oder ohne Kopfhörer? Bei mir immer ohne. Wie verbringst du einen trainingsfreien Tag? Meist mit der Freundin, ganz entspannt. Abendessen oder Frühstück? Eher Abendessen. Du hast in der dritten Liga bereits 64 Spiele für Cottbus, Uerdingen und Würzburg gemacht. Worauf kommt es an in Liga 3? Ich denke sehr körperbetonte Liga, wo es meist um Nuancen geht. Ich freue mich jetzt hier erneut in der dritten Liga spielen zu dürfen. Vielen Dank. Sehr gerne.